So, meine lieben Leute, hallo und herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. So, jetzt warten wir nochmal schnell, bis unser Essen hier fertig ist und dann geht es auch schon auf Reisen. Und zwar wird diese Folge eine ganz besondere Folge. Mein Haus ist übrigens fertig, ziemlich cool. Und zwar, warte mal, dann müssen wir mal ganz kurz gucken, wie wir denn da hinkommen. Das ist das Allerwichtigste, wie kommen wir denn da hin? Äh, da, 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 chip, 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 da. So, da habe ich meine Karte und wir sind eigentlich genau auf dieser Insel hier und müssten einmal noch nach rechts fahren. Das da wäre wo? Warte mal. Genau hier dran vorbei an dieser Insel und dann müssten wir schon nach runter fahren und dann geht es los. Na, sind wir gespannt, wie es weitergeht. Also, ähm, so, jetzt müssen wir nur auf mein Essen warten. Dann geht es schon eigentlich los, dann sind wir eigentlich tuttig und bereit, ne? Bewaffnung haben wir genug am Start. Und dann wird es besonders. Ich habe auch gar kein Ding gehört. Ich höre nur Inka die ganze Zeit ziemlich laut sein da drüben. Bam, 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 ich bin Inka, ich komme immer rein, bang. Warten wir, bis das Ding sagt. In der Zeit gucken wir uns den Gyroskopter an, hier. Den Gyroskopter. Schon eine heiße Kiste, ne? Ich würde das Ding auch mal fliegen. Das war das Zeichen, wir sind bereit. Nein, warte mal. Bevor wir, das sollten wir auf jeden Fall noch mal neu Dings auffüllen. Bevor wir, wenn wir wieder hier landen, einfach am Verdursten sind, wäre das natürlich echt scheiße. Folgendessen nehmen wir schon mal mit. Macht Sinn natürlich, ne? So. Nein, nicht trinken, du Primat. Genau, so. Ich glaube, das müsste jetzt aber auch fertig sein. Na komm, wir mit. Boah, schmeckt genüsslich, schmeckt genüsslich. Oh, wir sind sogar Healty jetzt, wa? Weil wir jetzt alles aufgehealt haben. So gut, dann ab geht's, die Fahrt. Also, einmal gerade durch. Und dann ein Baten runter. Und dann sind wir mal gespannt. Na? Ha, ha, ha. So. Ich habe mir mal den Aufnahmen angeguckt. Wow. Was war das denn? Die Aufnahmen angeguckt. Ähm. Manchmal sieht es so aus, als würde das Spiel intensiv freezen. Dabei ist es dir gar nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob OBS ein Teil dazu beiträgt. Dass es so aussieht, als würden wir freezen. Sauber, wir können überall wunderbar durch. Genau. Unsere Base. Ich finde es schön, dass wir das Haus endlich fertig gekriegt haben. Die zweite Etage ist halb offen, aber das werdet ihr wahrscheinlich auch in der nächsten oder übernächsten Folge auch mal sehen. Ähm. Möbel fehlen. Ich habe ein Bett tatsächlich jetzt. Also ein Sleep Bag nennt sich das da, aber es sieht echt viel mehr aus wie ein Bett. Und ja, mal gucken. Ich finde auch schön, den Ort, den ich mir ausgewählt habe, ne? Für, für unseren, für unsere Base. Finde ich klasse. So. Dann wollen wir mal schauen. Da hier vorne ist die Insel, genau. Zu dieser Insel und dann einen runter. Eigentlich können wir auch diagonal runterfahren. Mal gucken. Eigentlich ja, ne? Hier oben ist es nix mehr da. Augenblick mal eben. Ich muss das wahrscheinlich mal schnallen. So. Weiter geht's. Musst du inka so ein bisschen mal, ne? Weißt du, Mann und Frauen, und ihr kennt es ja wahrscheinlich von zu Hause wahrscheinlich auch, ne? Dass der Mann so ein bisschen mehr zu sagen hat wie die Frau. Das ist auch normal so. Ne, so muss das auch sein. Daumen nach oben, wenn ihr auch der gleichen Meinung sein, äh, seid. Dass der Mann einfach das Sagen haben muss. Und, ähm, Daumen nach oben gibt es einfach nicht. Nein, kleiner Spaß. Nein, nein. Ich finde, wir Männer können ein bisschen mehr. Oh, Alter, hab ich mich erschrocken. Warum muss das so laut sein? Ähm, wir können ein bisschen was machen. Was ist denn das? Das ist schon wieder dieser merkwürdige... Ey, jetzt fängt es nicht an zu regnen oder so, ne? Ja, es fängt an zu regnen. Meine Fresse. Oh. Komm, noch mal, teig dich mal. Es kann doch nicht sein, immer, immer, wenn wir irgendwas vorhaben, dann fängt es an zu schiffen. Das nimmt mir den halben Tag weg. Das ist eben total ätzend. Ach, komm, wir fahren auf jeden Fall erstmal hin. Mal gucken. Wow, das war der mega-heftigste Freeze der Welt, ey. Aber ich glaube, das war wieder dieser Spattelhai. Wir haben ja noch ein paar Inseln zu machen, aber es sind wirklich nicht mehr sehr viele. Und. Deswegen, wir können das eigentlich so durchziehen. Alter. Der geht mir auf den Sack, ne? Weiß er das? Ich hab da schon so eine Vermutung, was für ein Hai das ist. Jetzt hat er aufgehört. Ich hab da schon echt eine starke Vermutung, was das für ein Hai ist. Ähm. Aber. Ich trau mich das nicht zu sagen. Und ich weiß auch nicht. Guck mal, hätten wir den Hammer jagen sollen? Muss man alles töten, was man sieht? Ja. Laut meiner Aussage, ja, ne? Ich hab da mal so eine Aussage getätigt. Die hieß, ja. Es ist immer gut, dass das Spiel immer weiß, was wir vorhaben. Boah, ich sag euch, Leute. Oh. Ich hab vergessen, es zu speichern. Naja, nicht so dramatisch. Ich hab in meinem Bett gespeichert. Bevor wir Essen gemacht haben. Ja gut. Ich geh auch nicht davon aus, dass wir hier... ...das überleben. Im Endeffekt haben wir ja... ...den anderen auch überlebt. Was? Es kann mal aufhören zu regnen allmählich, oder? Ich find das total nervig. Das ist auch ein schlechtes Omen. So, jetzt mischen wir gerade runter. Oh, es hat jetzt nicht aufgehört zu regnen, oder es wird aufhören zu regnen. Okay, wir müssten da sein, eigentlich. Also, wenn ich mich jetzt nicht vertut hab, dann müssten wir da sein. Wie hübsch das Wasser aussieht jetzt, ne? Wie schön blau. So. Da ist unsere Base. Wir schwimmen auf eine andere Insel zu. Das ist verkehrt. Das sollte eigentlich nicht passieren. Wieso passiert das? Warte mal eben. Oh, das ist ja was ganz was anderes. Wieso sind wir hier? Da drüben ist meine Base. Das... Wir sollten nicht... Das sollte nicht hier sein. Na dann. Zum Glück sind wir flexibel. Fliege! Verschwinde von meiner... Dings da. Das nimmt kein gutes Ende, Freunde. Das sag ich euch gleich. Habe ich da... Genau. Nehmen wir die nochmal ein paar mit. Nur, dass wir welche in der Hand haben. Diese Fliege geht mir auf die Eier hier einfach. Und Inka, die sich hier einfach wie ein Elefant im Porzellanladen benimmt. So, dann mal los. Tief die Luft anhalten. Ab dafür. Oh Gott, das ist das Viech, Alter. Oh mein Gott. Okay, dann los. Oh Gott, der ist groß, der ist groß, der ist groß, der ist groß. Oh! Das ist ja wie der... Wie der Kraken verfluchter Kremik. Oh! Hör auf da. Mhm. Wer hat das denn kommen sehen, hä? Oh, hoffentlich kann er nicht mal Floß umschmeißen. Ei. Ih! Der peitscht. Da, 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 da. Stopp. Treffer. Wow. Warte mal, er schwimmt rückwärts, ne? Genau. Oh, da gibt's Kalamares. Au! Der zieht mich ins Wasser. Der alte Lümmel. Level up hunting. Komm, steig auf da jetzt. Uh! Uh! Da ist er krank. Au! Wow, was der so alles kann einfach. Wie sieht's denn so aus mit meinen... Ach, das geht. Wow. Au! Alter! Wo ist der denn jetzt da? Oh nein! Oh nee, der hat uns gefressen. Der hält uns fest. Lass mich los! Wir haben keine Dings mehr, ne? Oh shit. Oh shit. Wow. Alter, vattern! Ich bin auch nervös ohne Ende, ne? Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Tatsächlich. Wow. Was der das so kann, ne? Meine Fresse, ey. Ich geh mit drauf, Leute. Schaff' mir nix. Der wird uns toten. Okay. 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 Na toll. Meine Gute. Wow. Beim Hochklein hat er mir noch einen mitgegeben, ne? Oh mein Gott. Ich bin erstmal froh, dass wir, ähm, dass unser Boot nicht versenkt. Das ist schon mal ein Vorteil zum, zum Hai. Wow, guck dir mal an, Alter. Wir werden sterben jetzt. Wir treffen die nicht. Oh, nee, ne? Das ist nicht schlecht. Können wir so machen. Was ist mit Fluss? Uh, Baby. Yo, der hat uns jetzt erledigt. Oh, dann müssen wir doch mal hierher fahren, ne? Naja, nützt ja nix. Kleines Päuschen am Mäu...